Hallo und willkommen bei Filoro TV. Die Wirtschaftsredaktionen haben in den letzten Jahren nur selten gute Nachrichten verbreitet. Immer war die Rede von Inflation, sinkender Wirtschaftsleistung oder sogar von Rezession. Aber wohin bewegt sich die Wirtschaft wirklich, das schauen wir uns heute an. Ich bin Joachim Brandl, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In den letzten zwei Jahren hat die Wirtschaft in der Eurozone eine regelrechte kalte Dusche erlebt. Und das, obwohl das Jahr 2022 eigentlich ganz gut begonnen hat. Es hat so ausgesehen, als ob der erste Schock der Corona-Krise abgefangen werden konnte. Zwei Faktoren haben die Freude dann aber platzen lassen. Zum einen ist es im Nachlauf der Pandemie zu Störungen der Lieferketten gekommen. Das hat die industrielle Produktion und die Wirtschaftsleistung insgesamt natürlich gehemmt. Noch schwerwiegender war dann aber die Invasion Russlands in der Ukraine. Die Preise für Energie und für Lebensmittel sind massiv gestiegen. Wer also nach dem ersten Schock der Corona-Pandemie auf eine bessere wirtschaftliche Entwicklung gehofft hat, der wurde eiskalt erwischt. Das Wirtschaftswachstum im Euro-Raum ist von 5,3 Prozent 2021 auf 3,5 Prozent 2022 abgesagt. Das Gespenst der Rezession, also eines Rückgangs der Wirtschaftsleistung, ist dabei immer präsenter geworden. Noch dramatischer als das sinkende Wirtschaftswachstum war aber die steigende Inflation. Sie ist von 2,6 Prozent im Jahr 2021 auf 8,4 Prozent im Jahr 2022 geklettert. Nur die erste starke Jahreshälfte 2022 hat die Werte dann noch etwas dämpfen können. Die Konjunktur hat aber ganz klar einen Abschwung genommen. Die Reaktion der Europäischen Zentralbank ist dann ganz dem Motto des ehemaligen EZB-Chefs Draghi gefolgt. Whatever it takes. Nach zehn Jahren hat die EZB im Juli 2022 erstmals wieder den Leitzins erhöht. Anfangs noch auf 0,5 Prozent bis zum September 2023 wurde er dann auf 4,5 Prozentpunkte hochgesetzt. Eine noch nie dagewesene Steigerung. Und welche Auswirkungen hatte diese Strategie? Die Inflation sollte damit im Zaum gehalten werden. Die andere Seite der Medaille die Wirtschaftsleistung und damit die Konjunktur leidet unter dem höheren Zinsniveau. Und genau dieses Zinsdilemma hat sich dann 2023 gezeigt. Die Inflation konnte eingedämmt werden. Von den 5,8 Prozent ist man in der Eurozone schon im Dezember 2023 wieder herunter auf 2,4 Prozent gekommen. Damit hat man dann am Jahresende 2023 die geringste Inflationsrate seit Juni 2021 verzeichnen können. Aber auf der anderen Seite stagnierte 2023 auch die Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission hat im September für 2023 ein mageres Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozentpunkten geschätzt. Optimistischere Ansagen von Anfang des Jahres hat man revidieren müssen. Als Gründe nannte man in Brüssel die steigenden Verbraucherpreise, hohe Energiekosten und ein schwaches weltwirtschaftliches Umfeld. Aber wohin geht die Reise? Ein Unsicherheitsfaktor für die weitere wirtschaftliche Entwicklung liegt außerhalb der Eurozone. China gilt etwa als weltwirtschaftliches Sorgenkind. Nach Jahren des scheinbar grenzenlosen Wirtschaftswachstums kam es zuletzt zu einem Einbruch der Konjunktur. Verantwortlich machen Experten dafür den dortigen Immobiliensektor. Aus den USA wiederum gibt es Erfolgsmeldungen. Hier wächst die Wirtschaft und die Inflation scheint einigermaßen gestoppt. Was erwarten die Experten jetzt für die nächsten Monate im neuen Jahr? In den USA bleibt man vorerst bei einem hohen Leitzins mit 5,25 bis 5,5 Prozent. Durch die eher positiven Wirtschaftsprognosen und eine geringere Inflation gibt es von Seiten der FED vorsichtige Signale zu einer Senkung der Zinsen. Auch wenn sie der mächtige Notenbankchef Jerome Powell nicht direkt in Aussicht stellt. In der Eurozone deutet noch nichts auf eine Änderung der Zinspolitik hin. Auch wenn die Inflation den Währungshütern wohl weniger schlechte Nächte bereitet. Die 4,5 Prozent Markte ist gekommen, um zu bleiben. Für das Wirtschaftswachstum gibt es von Seiten der EU moderat positive Erwartungen. Die Wirtschaft werde sich erholen, heißt es da. Und zwar vor allem durch Inflationsrückgang und einen robusten Arbeitsmarkt. Experten warnen aber trotzdem vor einer längerfristigen Rezession. Vor allem Deutschland sei hier ein Sorgenkind, heißt es. Noch ist die Rezession also nicht angekommen. Ihr Geist schwirrt aber weiterhin durch die Weltwirtschaft. Das war's für heute. Wenn Sie keines unserer Videos verpassen wollen, dann abonnieren Sie am besten jetzt gleich unseren Kanal. Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über Likes und Kommentare. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie einfach ein Mail an tvstudio.filoro.com. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald. Ich zeg... Ich sage viele, wo der neites Weich checkmate der N完全SDitzelung.